Oft höre ich ja, überall wird gebaut und nichts wird fertig. Heute bin ich in Kriegenbrunn und heute ist hier was fertig geworden, nämlich die Ampelanlage an der Kreuzung, die Sie hier hinter mir sehen. Nicht nur für den Baustellenverkehr wichtig, der hier wegen dem Schleusenneubau bald einsetzt, sondern vor allem auch für die Sicherheit von den Radfahrern und insbesondere von den Schulkindern, die aus Hüttendorf, die aus Kriegenbrunn mit dem Rad kommen Richtung Frauenaurach. Eine echte Verbesserung ist fertig geworden und heute ist sie dann auch freigegeben worden.